Herzlich Willkommen zurück zu Faktorio. Schönes Richtung Rakete und ich hätte Lust, dass wir schon mal Raketentreibstoff zusammenbasteln. Ich glaube, das geht nämlich relativ flott. Dann haben wir da schon mal was, womit wir auch unsere Brennstoffe da verarzten. Und Brennstoff. Dafür brauchen wir, das müsste ein Zwischenprodukt sein, Raketenbrennstoff, Festbrennstoff und Leichtöl. Ja, das ist ja machbar. Ja, ein paar rote Schaltkreise wären hier vielleicht eigentlich auch noch nicht so schlecht. Naja, später. Jetzt machen wir Brennstoff. Der Raketentreibstoff. Treibstoff, genau. Mal gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Da sind wir nämlich hier. Ja, so weit weg ist das hier alles nämlich auch nicht. Dann können wir hier eigentlich das dann einmal abzwacken. Hier wird auch gerade überhaupt nichts hergestellt. Produktion ruht hier. Oh, wir haben auch gar nicht mehr so viel Flüssiggas. Hier ist irgendwas voll. Irgendwas ist voll. Leichtöl ist voll. Na ja gut, das ändern wir jetzt ja. Ah, warum? Das wird umgewandelt. Ja, und dann wird es zu wenig. Ja, das sind zu wenige, die hier Leichtöl umwandeln. Äh, wir werden das jetzt auf die schmutzige Art und Weise lösen. Haben wir jetzt eigentlich genug für Fabriken? Ah. Mäßig. Nehmen wir mal wieder zwei hin. Dann kann jetzt hier wieder gearbeitet werden. Jetzt zerteilen die das nun wieder, weil da noch wieder zu viel drin ist. Und hier geht es jetzt weiter. Gut. Das ist natürlich schade und bringt uns hier auch ein bisschen in die Bredouille, weil wir nicht mehr so viel Flüssiggas haben. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ja. Das ist zu wenig hier. Mist. Gut, wir machen jetzt aber trotzdem den Raketentreibstoff. Machen wir mal drei Fabriken erst mal. Und stellen ein. Ah, Kettenbrennstoff. So. Dann müssen wir hier natürlich erst mal das Leichtöl ranschaffen. Das können wir uns von... Und hier irgendwie holen am besten. Genau, weil das ist das Beste, wenn wir hier einmal rausgehen. Und dann hier runter. So. Und dann hier verteilen. Da können wir noch einer nach da gehen. Müssen wir jetzt nicht alles mit Unterirdischen machen. Gut, aber das war natürlich... Ja, das ist natürlich die Gefahr, ne? Dass es da zu wenig Fabriken dann sind. Aber gut, wenn wir jetzt hier so ein bisschen aufräumen, ist das schon mal ganz gut. Und dann können wir hier einen Splitter ran basteln. Und dann geht es hier hoch. So. Können wir uns so ruhig mal die hier. Und dann müssen wir das aber auch wieder ausladen. Das muss dann hier wieder runter am besten. Und wir werden einiges davon brauchen, vermute ich mal. Deswegen werden wir hier dann eine Kiste, ein kleines Kistenlager dann wieder machen. Das geht, finde ich, immer am besten, wenn man das hier über Eck macht. Und da sollte dann eine reichen. Ja, aber dann machen wir schon die Stahlkiste dahin. Dann kann er da nämlich schon mal ein bisschen arbeiten. Strom. Dann können wir den da noch irgendwie ran. Jawohl. Und da fehlt noch eine Verbindung. Nämlich hier. Und da unten fehlt noch Strom. Oh ja, die brauchen lange. Das ist eine sehr langsame Geschichte. Dann machen wir die zwei noch dazu. Okay. Dann reichen aber auch definitiv diese hier. Die Erhouten zum Ausladen. So. Einfügen. Drehen. Und schwupp. Und schwupp. Schwupp. Und schwupp. Klack, klack. Ja, super, ne? Und dann haben wir es doch. Dann haben wir jetzt hier erstmal fünf Zweier-Fabriken. Die könnte man dann natürlich noch ersetzen durch Dreier-Fabriken. Sollte man vielleicht auch tun. Und dann geht es jetzt hier zumindest immerhin schon mal los. Raketentreibstoff. Haben wir. Was braucht man eigentlich noch für so eine Rakete? Raketensilo. Oh, da brauchen wir aber auch Beton für. Beton haben wir bisher noch gar nicht. Ansonsten Raketensteuereinheiten haben wir auch noch nicht in der Produktion. Raketensteuereinheiten. Und Beton. Stahlbeton. Beton. Eisenerz, Ziegelstein und Wasser. Dann können wir eigentlich auch mal eine Betonproduktion aufbauen. Etwas, was wir bisher ja auch noch so gar nicht haben. Achso, da müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier wieder besser läuft. Es laufen immerhin ein paar. Ja, wir müssen da nochmal gucken, dass wir noch mehr Leichtöl verballern. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir müssen hier noch mehr Leichtöl rausziehen. Brauchen wir nochmal Chemiefabriken. Wenn wir denn welche bauen können, können wir nicht, weil uns jetzt wieder Eisen fehlt. Denn wir kriegen hier gerade echt ein Problem mit Flüssiggas. Wey. Und ich habe nicht so gerne Probleme mit Flüssiggas. Aber nochmal drei Chemiefabriken dahin ballern. Dann reicht, reicht das schon. Na, das Kupfer hier ist aber auch schon wieder ein bisschen dürftig zum Teil. Kommt auch schon wieder nicht überall an. Immer Mangel. Was wollte ich holen? Ich wollte Eisen holen. Genau. Zahnräder und Platten. Ohr haben wir noch genug. Zahnrad. Da könnte man hier auch mal über drei Stacks nachdenken. So oft wie das immer leer ist. Und Platten. Eisen hier ist aber überhaupt kein Problem momentan. Hier fehlen Granaten. Ja, und hier fehlt tatsächlich ein bisschen Kupfer. Oh, guck mal. Hier die roten Schaltkreise. Hier staunen sich welche. Ah, für die Öfen, genau. Ja, das macht Sinn. Auch für die Module hier sieht das ganz gut aus. Und auch die Prozessoren hier. Da staut es sich jetzt aktuell auch. Cool. Das ist cool. Also Prozessoren sieht echt gut aus. Wir haben hier auch ja schon eine Kiste. Können wir schon mal gucken. Für so ein Raketensilo. Wie viel brauchten wir da? 200. Ah, und dann Raketenbauteile brauchen dann jeweils 10, 10, 10. Okay. Warte mal, dann machen wir hier in die Kiste doch schon mal zwei Stacks rein. Besser ist das. Eins, zwei, drei. Diesmal bauen wir hier die richtigen. Diesmal habe ich drauf geachtet. Guck mal, das ist hier schon wieder alles voll. Vier, fünf. Ich hoffe, wir kriegen das hier schön hingelegt. Wir machen es mal so. So, von hier hinten kommt das dann. Dann, da müssen wir also den einmal entfernen. Und hier wieder dran setzen, dass wir hier noch einmal wegkommen. Dann am liebsten hier einmal unten drunter durch. Oder wir machen das, wir müssen das darüber machen. Das wird jetzt ein ziemliches Kuddelmuddel werden. Das ist nicht so zum Erweitern gedacht. Ach, das hier wird nämlich nicht reichen. Ach, nee, das ist doof. Aber wenn wir das... ...hier machen... Aha, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bis da. Da müssen wir gucken. Hier müssen wir ran. Und hier müssen wir ran. Ja, das ist echt ein bisschen bescheuert, dass man das hier nicht ändern kann. Äh... Warte mal, da muss dann so einer hin. Den müssen wir so verbinden, wie wir das machen sollen. Das funktioniert so nicht. Die muss ich nochmal anders dann setzen. So. Und hier muss jetzt noch Wasser ran. Da werden wir das Einrad zu machen. Hier wieder zu. Dann... ...hier hin. Hier rüber. Dann haben wir da schon mal Wasser. Äh... ...garten mal. Dann machen wir das hier so. Und so. Ah, das ist echt ein ziemliches Kuddelmodel hier. Äh, äh. So machen wir es dann nicht. Moment, da ist doch schon Wasser da. Ah, genau. Hier muss ja Wasser rein. Das war jetzt das, was wir wollten. Genau. Und... So. Dann arbeitet der auch. Jetzt brauchen wir aber noch mehr Chemiefabriken. Wo habe ich die denn? Da. Da. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das darüber tun. Hier kriegen wir Wasser ran. Hier kriegen wir Wasser ran. Da müssen wir ran. Dann können wir einmal das da ran wappen. Ah, die können wir nicht. Ich muss noch einen weiter. So. Und jetzt müssen wir da noch Leichtöl irgendwie rankriegen. Das geht so. Das geht so. Und... Das geht so. Das geht so. Dann muss hier das... Ja, wunderbar. Das kriegen wir da rein. Das ist ja fast wie geplant hier. Schwupp. Und dann am besten mit so einem Strommast noch verbinden. Und dann arbeiten die auch. Und dann haben wir hier schon mal... Wasser geht auch noch, würde ich sagen. Zum Teil jetzt nämlich runter. Aber es kommt genug durch. Und hier wird dann jetzt auch immerhin ein bisschen mehr Leichtöl verbraucht. Zum einen hierfür. Zum anderen aber auch hierfür. Gut. Wichtig. Ja, und der Nachteil ist dann... Die produzieren ja hier auch eiskalt nach. An Leichtöl. Also wir kriegen das nicht nur von den Raffinerien. Wir kriegen es auch noch zusätzlich hiervon. So, mal gucken, ob das jetzt erstmal reicht. Dass hier nachproduziert wird. Die Frage ist, machen wir hier raus keine... Wir machen daraus keinen Festbrennstoff, oder? Doch. Klar, wir müssen die noch mit anschmeißen. Warte mal. Welche Pumpe ist das? Wenn L gleich 1 ist. N, K und L. Das ist größer als der. Wir nehmen L raus. Wenn der... Größer ist als... Dann machen wir hier mal... Hier machen wir mal 77.000. Oh, da muss er aber hier mit dem Grünen verbunden werden. Dann machen wir noch einen Grünen. Einfach wenn... Wenn das hier zu voll ist, dann soll er das nämlich auch anschmeißen. Ja. Genau, wenn das hier voll ist, dann soll der bitte auch hier Festbrennstoff draus machen. Dann ist egal. Wir machen es nicht mehr hiervon abhängig. Wir machen das jetzt abhängig... ...von dem. Das heißt aber, der muss dann auch einladen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich... Kontrollieren wir hier auf... M? Scheinbar nicht. Doch, wenn M gleich 1 ist. Ah, da müssen wir hier ein Oder draus machen. Warte mal, aber U muss noch 1 sein. Ah, die machen das, wenn W gleich 0 ist. Aha. Mist, das läuft hier also gleich voll. Ach man, das ist schade, dass das dann jetzt wieder nicht funktioniert. Nee, dass ich den Teil wieder nicht eingeplant habe. Ja, schade, ne? Wir müssen halt hier leicht Öl loswerden. Öl. Was war denn nochmal B? B war, glaube ich, wenn der hier oben voll ist. Das machen wir erstmal M gleich 0. Das macht zwar auch keinen Sinn. Aber ich will, dass der jetzt hier einlädt. Verdammt. So, Raketensilo ist tatsächlich fertig. Wissenschaftspaket für Weltraumforschung. Weltraumforschung. Was kann man dann hier noch machen? Da kann man dann noch einfach Sachen erhöhen. Da kann man sich nochmal verbessern. Jetzt ist es im Grunde egal. Es gibt sogar die Hochleistungsrüstung 2. Wow. Ach ja, genau. Richtung Spider-Tron wollte ich ja gehen. Gucken. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Dann brauchen wir Militär 4. Gut, und in der nächsten Folge würde ich dann sagen, geht es dann weiter mit dem Raketensilo, dass wir gucken, dass wir den hinkriegen. Freue mich drauf. Bis dann. Bis dann.